Lustige Witze in 3, 2, 1, los! Welche Worte nerven beim Sex am meisten? Bin von der Arbeit zurück, Schatz! Was ist rassistisch und explodiert? Ein Granazi. Ein Dreier? Nein, danke. Wenn ich zwei Leute auf einmal enttäuschen will, dann gehe ich mit meinen Eltern essen. Zwei bekloppte Beißen in Eisenbahnschienen, sagt der eine. Boah, die sind aber hart, sagt der andere. Geh doch da drüben, da ist eine Weiche. Es ist schon komisch, dass ein Mann, der sich um nichts auf der Welt Sorgen machen muss, hingeht und eine Frau heiratet. Dann nimmt man mühsam 30 Kilo für eine Rolle zu und merkt dann, dass man gar kein Schauspieler ist. Ich bin überqualifiziert und unterfordert. Oder war es andersrum? Ich hab's vergessen. Ich hasse es, wenn ich einen Löffel spüle und er mich zurückspült. Hatte gestern ein Date mit einer heißen Lady. Sie flüsterte mir irgendwann sexy ins Ohr. Sollen wir Doktorspiele machen? Sie ist gegangen, als ich sie fragte, ob sie krankenversichert ist. Was hab ich falsch gemacht? Habe heute erfahren, dass ADHS für abstrakte, dämliche Herzstörung steht und PMS für Pute-Mayo-Senf. Bei manchen Menschen bin ich sichtlich erleichtert, dass sie es zumindest schaffen, alleine zu atmen. Besser, es läuft einem kalt den Rücken runter, als warm am Bein entlang. Falls ihr mich sucht, ich liege falsch. Nicht gepflegter Pinsel sucht rasierte Insel. Wie beliebt sind sie so? Everybody's Darling. Sehr beliebt. Beliebt. Unbeliebt. Sehr unbeliebt. Regelrecht verhasst. Staatsfeind Nummer 1. Arbeitet beim Jobcenter. Korrigiere Rechtschreibfehler im Internet. Die meisten Unfälle passieren im Hormonhaushalt. Leben heißt auch manchmal, ein paar Dinge von der To-Do-Liste auf die Was-Solls-Liste zu packen. Ich nicht treu? Uff, ich habe reichlich Freundinnen, denen ich treu bin. Kommt ein Obdachloser nach Hause. Frauen behandelt man wie Schneemänner. Erst die Kugeln ordentlich durchkneten und dann kommt die Karotte ins Gesicht. Wenn ich für jede verhauene Mathearbeit 50 Cent bekommen würde, dann hätte ich jetzt 6,38 Euro. Bist du Pamplen und nicht bekloppt, dann abonniere Master Jam.